Ich sehe mich natürlich auch am Siegtor, aber ich glaube, wahrscheinlich habe ich elf Meter halten. Oh, ich glaube eher weiß. Wenn ich in meinen Klamotten-Schrank schauen würde, würde da mehr weiß als grün hängen. Uh, kommt drauf an. Natürlich ist bei uns öfter die Couch der Fall, aber zu gegebenen Anlässen auch gerne Party. Ich denke Meisterschaft, weil es einfach die Konstant über die gesamte Saison hinweg widerspiegelt. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Aussehen. Okay. Buffon oder Kahn? Oliver Kahn, weil mein erstes Torwart-Trikot von ihm war. Angerer oder Schult? Beide cool. Saison oder Urlaub? Ähm, Saison, weil es einfach die meiste Zeit des Jahres so ist, der Fall. Und dann aber, wenn es die Zeit zulässt, auch gerne mal Urlaub. Eistonne oder Sauna? Sauna. Ganz klar. Fahrradfahren oder Auslaufen? Auslaufen. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4 gewinnen? Natürlich 1 zu 0, also 4 Tore, da ist glaube ich schon einiges schief gelaufen. Heim- oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Ecke oder Freistoß? Ecke, weil es für mich ein bisschen vorhersehbarer ist, was passieren könnte. TV oder YouTube? TV. Und was da am liebsten? Unterschiedlich. Keine Ahnung, was gerade läuft. Kann man ja nicht beeinflussen. Kino oder Netflix? Netflix. Lieblingsserie? Äh, gerade Absentia auf Prime Video. Film oder Serie? Serie. Pizza oder Pasta? Pizza. Pizza? Vegetarisch, alles an Gemüse drauf, was geht. Süß oder salzig? Süß. Essen gehen oder selber kochen? Hm, kommt drauf an, mach beides gerne. Berge oder Strand? Prinzipiell Strand, aber nachdem ich jetzt in Freiburg gewohnt habe, sind mir die Berge auch ganz lieb. Frankfurt oder Freiburg? Von der Stadt auf jeden Fall Freiburg. Freiburg oder Wolfsburg? Von der Stadt auch Freiburg. Die Leute natürlich von Wolfsburg. Abschlag oder Abstoß? Elfer in der Nachspielzeit halten oder Siegtor schießen? Ich sehe mich natürlich auch am Siegtor, aber ich glaube wahrscheinlich bei Elfmeter halten. Wegfausten oder versuchen zu fangen? Ja, ich glaube ich könnte öfter fangen, nur aktuell tendiere ich noch eher zum Fausten, das ist auch unser Potenzial. Schwarzes oder buntes Torwarttrikot? Ich mag das Schwarze sehr gerne. Champions League-Debüt oder Nationalmannschafts-Debüt? Boah. Muss ich mich entscheiden? Geht nur eins. Ich glaube Champions League. Besonderer? Also was Besonderer? Mehr Besonders? Was ist die Entscheidung von Besonderer? Am Besonderer? Also es ist beides mega besonders, aber die Champions League ist mit einem Verein irgendwie nochmal mehr verbunden. Klar, fürs Land aufzulaufen ist auch etwas ganz Besonderes, aber ich glaube Champions League hat man irgendwie intensiver darauf hingearbeitet in der Mannschaft. Uh shield! Vielen Dank.